Alles klar, im Null Space wurden jetzt Sonic und wir sozusagen. What the hell? Äh... What the fuck, we are out? Krank. Wie geil. Okay. Holy shit. Ha! Der und sich nicht beeilen. Was war das denn? Ich dachte ich wäre schon auf der Schiene. So, jetzt. Alter, vor allem die Mucke, wie geil. Get the fuck away. Da war ein Red Ring, ich weiß. It is. Ihr kriegt mich nicht alle. Ihr seid zu langsam. Alright, dann. Alter, das Film war ja geil. Die sind teilweise zu kurz. Okay. Okay. Ich finde meine sieht richtig. Ich finde meine sieht richtig Gangster aus. Okay. Okay. Dann Dad. Lauter Geheimlevel. Die wir nicht machen, aha. Ja. Ja. Okay. Ja. Gebt dir deine Gefühle für später auf. Das hier ist noch nicht vorbei. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Genau. Das ist unsere letzte Chance. Gehen wir aufs Ganze. Alright then. Alter. Ihr verpasst Cutscenes des Grauens. Mikai. Wie krank die Mucke. Vielleicht müssen wir Feuer mit Feuer bekämpfen. Wenn du nah genug an die Sonne kommst, sollte der Prototyp den Effekt aufheben. Die Sonne verbrennt dich vorher schon. Gibt's Aufwand zu. Zieh dich zurück. Reicht. Ich will mich zurückziehen. Was träumst du, Alter? Äh, what the hell? Ich hab's nicht mal gesehen. Und die vergess ich immer wieder. So. Diesmal hab ich euch nicht vergessen. Wo. So. Es liegt jetzt alles an Rekruten. Die Erfolgschancen sind äußerst gering. Das ist nahezu aussichtslos. Alter. Alter. Die Mucke ist so geil. Egal, wir hatten ein Checkpoint. Vektor Ok Alter der ist doch assig schnell ja reicht jetzt bin ich einer von euch krack danke nackos was war das hoffnung bin ich einer von denen wenn ich so einen kack verliere das geht sogar hier rüber ich muss mich beeilen schnell 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 toll wenn man kein blitz mehr hat gerade wenn man ihn braucht wow war das knapp komm schon komm schon komm schon oh oh jawoll jawoll auf gar keinen fall ein S ein C ein richtig krankes C gleich nochmal machen die sehen ok aus nicht cool aber kranke Katzen komm jetzt ist das letzte ja wahrscheinlich ja ich konnte da kann ich character switchen alles klar jetzt weiß ich bescheid let's do it let's move it krank kranker anfangen das muss viel energie verbraucht haben der phantom mobil sollte jetzt schwächer sein das ist unsere letzte chance infinite zu besiegen alle Shippen unterstützt Sonic und die anderen vielleicht nochmal krank wie krank diese Sonic levitzen wie krank diese krank der ist einfach nicht auf das ding drauf Gangster äh Sonic wohin rっぱ die eine Minute ne was da die 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 Viel Glück da draußen! Ihr habt sehr geholfen! Überrascht uns! What the hell? Chill! Das schaffe ich locker unter einer Minute. Ein A. Traurig. Das schaffe ich locker, dass er ist. Jawoll! Endlich die Schuhe, die ich haben wollte. Ha! Zwar nicht in meinem Komplettblau, aber wenigstens etwas. Ah, jetzt kommt das Final Level. Ja man, versus Infinite, den habe ich ja schon komplett vergessen. Let's see what we got here. Das war... Nur Sonic trolling mit seinen Vertagen gerade. Okay, let's go Infinite! Halt's Maul! Näh! Näh! Ah, wie Metal Sonic. Äh, Mecha Sonic. Näh! Ja toll! Ha, ich habe es trotzdem noch irgendwie hingekriegt. Okay. Okay. Weiter geht's. Verdammt! What the hell? God, wie lange das braucht! Das sind nichts als Illusion. Du kannst dich 80 auf dich allein verlassen. Deine Maske verwirrt nicht, wie traurig und einsam bist. Also, eins, zwei, drei. Das ist die wahre Illusion. Ich brauche mehr Ringe. Ich brauche mehr Ringe. Hm. Alle weg! So. Mehr Ringe. Okay. Nicht Gas geben. Ich... Jawoll. So. Jetzt brauche ich wieder Boost. Okay, come on. Let's do it! Double tool, bitch! In your face! Bah! Alter, sieben Minuten, what the fuck! Natürlich ein B! Wie schlecht! Wie schlecht! Das heißt, es gibt insgesamt 30 Level wahrscheinlich. Weil wir haben gerade gesehen, Eggman ist noch da. Und Infinite ist noch nicht komplett KO. Er hat gesagt, er kann noch kämpfen. Das ist ein Blut! Let's do it! Das Signal des Phantom Robins ist jetzt unterirdisch! Dr. Eggman führt etwas im Schild! Der hat Dr. Eggman nicht ausgestellt! Und wir haben direkt verkackt. Das Signal des Phantom Robins ist jetzt unterirdisch! Dr. Eggman führt etwas im Schild! Hä? Warum ist es denn nicht gesprungen? Was ist denn gerade los? Das Signal des Phantom Robins ist jetzt unterirdisch! das war richtig geil ich bin wahrscheinlich zu schnell ich muss noch nicht ausgespielt auf der hut wir wollen wenigstens einringen warum bin ich gerade schlecht so geht doch jetzt sorry das musste ich mir jetzt rollen wo gibt es hier einen checkpoint verdammt hey das kommt mir alles etwas bekannt vor nein nein warum genau da rein und schon wieder irgendwie ist heute nicht mein glückstag und schon wieder what the hell geht doch nicht warum ist diese lücke immer genau das feld wo ich nicht rein darf und wieder voll anfang ja geil okay komm schon das schaffen wir wir müssen in dem betralturm kommen und auch noch äcklen aufhalten oh oh na so das hätten wir ernsthaft so für nix und wieder nix weg da warum bleibst du genau da stehen einring wenigstens jawohl ich kann nicht sehen was vor mir ist wenn es noch nicht auf dem screen ist okay das war ich nie wieder so schnell verdammt glück gehabt checkpoint please ring 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 wo bin ich da bin ich gut wo Anschluss wo noch geschafft ho ne das kann es doch echt nicht sein Ich stelle mich jetzt extra hinten an. Ich weiß, wir verbrauchen damit viel mehr Zeit, aber besser so als gar nicht. Ich habe wieder nicht da hoch geschafft, verdammt. Boah, fast wäre ich wieder gebrettert. Boah, endlich! Sagt mir, es gibt hier einen Checkpoint oder ich raste aus. Oh, verdammt. Wo ist hier ein Checkpoint, verdammt. Jawohl. Runter. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war das der falsche Weg. Gott, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, toll. Hier hoch oder wohin? Genau. Kein Ring krank. Da vorne wäre es weitergegangen. Aber nach 10 Minuten ist das Game doch over. Oder nicht? Warum? Er hat vorbei. Nee, sie haben das Limit entfernt. Toll. Wieder kein Ring. Checkpoint oder so, please. Wenigstens ein Ring. Komm schon. Ja. Gott hat es lang gebraucht. Gott war ich schlecht. Jetzt aber schnell zum Final Level. So, Final Judgment. Let's Capitle, let's go. So, Final Judgment. Gott, hab ich viel Zeit verschwindet. Das ist so unnötig. Holy shit. Aber jetzt hab ich es wenigstens kapiert. So, jetzt kommt's schon. Das hab ich jetzt mit Absicht kassiert. Ja, das mach ich grad alles mit Absicht, damit ich bloß nicht verkacken, so lang es mir nur Ringe abzieht. Jawohl. Ich hätte eine kleine Pause gebrauchen. Mir wird es besser gehen, wenn wir dieses Ding zerlegt haben. So. Waren das schon alle? Wahrscheinlich. Alright, then let's do it. In your face. Wie geil. Ein Licht am Ende des Tunnels. Wie geil. Krank. Ich glaub, jetzt kommt das Final Level oder ist es schon vorbei? Weil 30 werden die gerade zahlen. Das mach ich alles noch auf S. Wusste ich's doch. Krankhelden-Cutzing. Tschüss, ist das Ding riesig. Er übertaktet den Phantom-Robin. Das ist wahnsinnig. Jetzt kann ihm keine normale Wasser etwas anhaben. Wir zählen auf dich. Gib alles, Sonic. Du bist unser Licht der Hoffnung. Tetris, oder was? Alter, ich kannte es halt so öfter. Oh Gott. Okay. Das wär soweit schon mal geschafft. Wieder voll. Warum frage ich überhaupt? Es liegt in deinen Händen. Oh, verdammt. Hä? Wie kann ich ihn denn dann angreifen? Ah, so, okay. So, das reicht mir. What? Der hat mich einfach runtergehauen, dieser Wichser. Ja, komm schon. Los, Herr Code. Ich weiß, du schaffst das. Es liegt in deinen Händen. Ich darf nicht so lange am selben Ort bleiben. Ich kann mich schaffst das. Ich kriege. Holy shit Verdammt Nein Ich Idiot Kann man das nicht irgendwie skippen? Ich bin jetzt schnell weg Verdammt Verdammt Jawohl Jawohl So So Oh oh Okay Let's try it again Okay Ah Damn Dagon Boost So Nummer 1 So Alright Almost Hälfte Hm Ich geb' dem Scheiß auf dein Attack gerade Hälfte 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 后 Hälfte Hälfte Lauf Let's move it! Eat this! God damn! Ja, auf jeden Fall C, hallo! Das war ne üble... Sonic Schuhe! Untertitelung des ZDF, 2020